Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans und in diesem Fall bin ich genauso unvoreingenommen wie ihr, das heißt der Clan War wir haben jetzt, wo ich das Video aufnehme, 11.30 Uhr der Clan War ist gestern Abend um 20, 21 Uhr gestartet und ich war bis jetzt nicht in der Lage nein, hört sich komisch, ich hatte keine Zeit anzugreifen und wir probieren es mit Golem Wizard und ja, ich werde es im Video riskieren habt ihr das letzte Mal meinen Angriff dann im Nachhinein gesehen und wir schauen jetzt gleich mal, wie es momentan steht 67 zu 64 bei gleich vielen Angriffen, also das wird noch ein richtig, richtig enges Ding ähm, wenn wir mal in die Statistiken zu Beginn reinschauen wir schauen uns dann natürlich auch noch ein paar Angriffe an Free Stars 7 zu 2 sind wir deutlich besser, 2 Stars sind die besser ähm, und 1 Stars sind die auch besser, was ja eher schlechter ist und ja, ich bin die 14, das heißt ich greife jetzt auch die 14 an und wir checken die nochmal ab, Golem Wizard ist wie gesagt der Plan ähm, hab Schweinereide dabei, das heißt ich möchte die Clambo Glocken ne, ich dachte schon, er hat umgebaut, Gott sei Dank nicht ähm, der Plan, die Clambo Glocken, äh, hatte ich wo hatte ich den denn? ja, hier, ähm, bei diesem Bogenturm oder bei dem Magierturm ne, wir machen bei diesem Bogenturm, werde ich sie locken und dann möchte ich von hier unten kommen hier soll der Jump setzen, die erste, achte Mauer hier möchte ich mit Mauerbrechen durchbrechen und hier haben wir einen Bereich, den habe ich schon ausgeguckt der sollte hier oben sein äh, wenn ich hier in den Bogen hinsetze, kann ich da die Truppen hinlocken in der Clambo Glock wieder Hexen mit am Start ja, und es ist alles ready ich bin nervös, wie immer äh, und werde mein Bestes geben jetzt drückt erstmal die Daumen, dass das Locken funktioniert X-Bow ballert okay, jetzt hoffe ich, dass die Clambo Glocken leer ist alter, nicht dein Ernst wir waren doch eigentlich weit genug drin in der Range Mensch, klasse, es haben die Clambo Glocken nur minimal gelockt bekommen was ein Scheiß und wir haben keinen Blitz dabei so, gut hilft ja nichts dann machen wir mal unsere 5 Golems unsere Helden und kommen mit den ersten Mauerbrechern die sich dann hoffentlich hier erfolgreich durchbrechen das hat schon mal geklappt, sehr sehr schön jetzt machen wir die ersten Magier hinterher setzen hier den Jump der war auch so, wie er sein sollte jetzt machen wir hinten die Witches dann in dem Fall zum Tanken und ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass mehr kommt ja, ich freeze sie mal ich freeze sie, äh, mal hier den ersten Tesla und die Queen King nicht gezündet das ist auch schon mal sehr, sehr geil wir hauen Wut rüber, die Golem ziehen natürlich auch wunderbar raus ach man, wie kann man denn so viel Pech haben aber da kann noch was gehen die Golem, jetzt ziehen sie langsam in die Mitte rein Clambo Glocken ist endlich ausgeschaltet wir haben noch einen Wut am Start und wir kommen jetzt mit unseren Magiern hinterher also in dem Fall muss ich dann wohl fast mit einem One Star zufrieden sein die Queen tobt sich jetzt leider da oben aus warum auch immer warum sollte man auch in die Mitte wir hauen jetzt für die Golems hier nochmal einen Freeze drüber und kommen mit unseren Minions und mit unseren Bogen und mit unseren Barbaren und hoffen mal ja gut, also ich sag die 50% knacken sie so, zweite Freeze das, ja, das Rathaus ist es jetzt in dem Fall was uns hier einen Strich durch die Rechte macht das ist wirklich sehr, sehr schade ähm, weil es sah eigentlich richtig gut aus ähm, bis auf das, dass die Golems rumgezogen sind und dass ich die Clambo nicht komplett gelockt bekommen hab und es scheinen wir hier am Ende auch noch bei 49% nein, der eine Magier regelt gut also in One Star haben wir immerhin aber das war nicht gut also da haben wir wirklich oder ja, was ist also zum einen versteht jetzt, wir schauen uns gleich nochmal an wo der Bogenturm stand warum hier nicht komplett gelockt wurde und halt wirklich schade dass wir nicht zum Rathaus gekommen sind also das können wir insoweit jetzt auch abbrechen weil da noch X-Bow und Co am Start sind man könnte jetzt natürlich auch sagen ja komm, wir holen uns noch das bisschen Elixier mehr Prozent dann sieht es ein bisschen besser aus aber mit dem Angriff kann ich nicht zufrieden sein ich sag minimal mini-mini-mini-mini-Mahlziele erfüllt mit dem One Star wobei ich mittlerweile doch eigentlich auch auf Two Star gehen will die Base, ja, ist so eine mittelmäßige Rathaus-Level-10-Base-Inferno nur auf 1 dafür hat er hier zum Beispiel einen gemaksten Tesla und auch gemakste Magier-Türme schon am Start aber das ist wirklich schade ja komm, wir lassen hier die Hexe noch das bin, ja das Clambo-Glocken, damit ging es schon los das hat mir natürlich enormen Strich durch die Rechnung gemacht wir lassen jetzt noch das eine Elixier-Lager holen mit den Skletten und mit der Hexe beziehungsweise vielleicht ist auch die Zeit bis dahin aus und dann machen wir hier die Sause bisschen Elixier kann ja nicht schaden wollen ja das letzte Armeelager auch ready bekommen und wenn das Teil noch da umgehen sollte perfekt steigen wir 59% aus und jetzt wird analysiert jetzt analysieren wir meinen Angriff man, 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 man vielleicht hat es auch gar niemand gesehen ne, sie haben gar nicht zugeschaut ähm, so, ne, aber wir also wir checken jetzt erstmal nochmal, wo der Bogenturm war weil das verstehe ich nicht ja gut ja, Pech gehabt da sind die Schweine nicht rein da hätte ich es lieber am Magier-Turm machen müssen da hätten sie getankt gut, der geht dann auf meine Kappe ihr seht hier sie sind dann hier an der Mauer gestanden und waren dann so das waren ein, zwei Zentimeter wo sie dann leider nicht drin waren also das ist der erste Fail und wenn wir uns die Wiederholung nochmal anschauen mit den Golems die habe ich dann ein bisschen außer Acht gelassen oder nicht mehr ganz mitverfolgt also Locken ging schief so, dann Hysterie da kommen die Golems so, Mauerbrecher wunderbar ok, 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 ok und die zweiten Mauerbrecher haben hier nach unten noch weiter gebrochen und das sagen die Golems sich zumindest viele vier von fünf wir gehen nach unten was natürlich Pech war obwohl der Jump da ist das heißt sie haben es hier erstmal ewig unten gemacht die Magier waren zwar hinten und auch die Hexe aber es ist nur ein Golem in die Mitte der ist natürlich durch die Glamour und durch die Infernus auch schnell ausgestaltet bekommen und sie haben jetzt diese scheiß Kanone noch ausgestaltet und sind dann erst nach oben gezogen das heißt in dem Fall könnte ich was sagen hätte ich ein paar Mauerbrecher weniger gehabt wären es zwei Sterne gewesen auch trotz nicht gelockter Glamour weil dann wären die Golems gleich in die Mitte hätten gleich getankt die Magier hätten länger überlebt und dann hätte es geklappt also da muss ich dann wirklich schauen dass ich nur die eine entscheidende Mauer aufspreng oder man nimmt eben zwei Jump mit hätte ich in dem Fall auch machen können da Blitz ich ja eh nicht dabei hatte aber wir schauen sonst gerne mal ah ok, vielleicht wird hier gerade ein bisschen diskutiert die Queen und ihre Logik das war natürlich auch Alex oder Jörg macht ihr mir einen Lava-Hund ähm, Prop war Klarnburg nicht gelockt Golems nach rechts weg und Queen am Ende nach links weg und Queen nach links aber immerhin haben wir die 50% jetzt schauen wir mal was so im oberen Bereich schon gerissen wurde also hier unsere 1 hat noch nicht angreifen die 2 aber die 3 ähm, hat LH als 5er bei der 3 einen Tuster geholt mit 62% und den schauen wir uns noch mal gerne an ähm, hier eine doch schon stärkere Rathaus Level 10 Base ähm, viele Verteidigseinheiten sind gemaxt wenn nicht sogar alle und die 3 die 3